Heute geht es um etwas, was eine neue Funktion von Microsoft Word ist, und zwar ganz allgemein um die Frage, wie kann ich Sprache, gesprochene Rede in einen schriftlichen Text umwandeln und ganz neu bei Word ist diese Funktion Diktieren. Ich klicke da mal drauf und jetzt rede ich einfach mal weiter und schaue, was passiert und tatsächlich Word beginnt jetzt das, was ich sage, direkt in Sätze umzuformulieren, Punkt, jetzt, mit einem kleinen Einschub, kann ich auch Satzzeichen einfügen, Punkt. Und ihr seht, wie das funktioniert. Noch nicht alles ist ganz perfekt, also es hat noch kleine Fehler drin, aber die Funktion lernt auch dazu. Je öfter ihr sie verwendet, desto besser wird sie und ich kann jetzt auch recht schnell sprechen und ich denke, das ist eigentlich ganz brauchbar, was jetzt hier Word macht. Also das ist der einfache Fall, ihr redet irgendwo rein und möchtet, dass so ein Word-Dokument entsteht. Ich denke gerade auch für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht mit der Rechtsschreibung nicht so sicher sind, ist dieses neue Feature von Word recht gut brauchbar. Ich schalte es wieder aus und zeige hier, man muss natürlich die richtige Sprache anwählen. Es gibt nicht alle Sprachen im Moment, aber man kann es auch in den so gängigen Fremdsprachen. Das geht auch in der Word-Version, die ich habe. Ich habe Word kürzlich aktualisiert und dann war diese Funktion da. Also ich zeige noch kurz, welche Version ich habe. Es ist Word für Mac, Version 16.36 und die Lizenz ist ein Office 365 Abo, die Version von 2020. Gut, jetzt, wenn man das in Word nicht benutzen kann, dann kann ich so noch zwei Workarounds zeigen und dazu wechsle ich kurz auf mein mobiles Gerät, weil es dort natürlich recht einfach geht. Also ich öffne jetzt einfach die Notizbuch-App und versuche jetzt hier was zu schreiben. Und statt, dass ich reinschreibe, klicke ich ganz unten rechts auf das Mikrofon und jetzt spreche ich hier rein in mein Gerät und das formuliert meinen Text jetzt auch in einen schriftlichen Text um. Nicht alles ist ganz sauber, aber grundsätzlich funktioniert das, wenn ich langsam und deutlich und abgesetzt spreche, sollte es keine Probleme geben. Genau, also ich kann es eigentlich mit der Notizbuch-App machen. Bei Android gibt es ähnliche Features selbstverständlich auch. Die Profi-Version heisst Dragon, wenn man das ganz oft benutzt, kann man hier mit, da klicke ich auch drauf und jetzt geht es los. Das nimmt jetzt mein Diktat auf und schreibt auf, was ich da reinspreche. Das ist eine Profi-Version, da hat es noch ganz viele Features, also spielt ein bisschen damit rum. Aber dieses Dragon, ich zeige es nochmal kurz, also es heisst Dragon Anywhere, wenn ihr das benutzen wollt, das ist kostenpflichtig, ist ein Abo-Modell, also nicht für den Low-Level-Einstieg zu benutzen. Da würde ich wiederum mit Bordmitteln arbeiten, also das, was an Software schon drauf ist. Das kann das, das kann ja eine einfache WhatsApp-Gruppe sein, in der man einfach die Nachrichten reinspricht, ohne sie zu verschicken. Dann kann ich den Text nehmen, kopieren und irgendwo sonst einfügen. Also die meisten Programme können das auf dem Handy. Jetzt möchte ich noch zeigen, wenn man ein Tonfeil hat. Also jetzt hier in diesem Fall geht es darum, dass ich ein Video habe und ich möchte gerne den Text aus diesem Video rausziehen. Also gerade wenn ihr Videokonferenzen da beispielsweise aufnehmt und ihr möchtet gerne, ich habe vielleicht einen Vortrag, ihr möchtet den Vortrag-Text dort rauskopieren, dann geht das im Moment am einfachsten mit Microsoft Stream. Es gibt auch, das Feature ist auch in YouTube drin. Google hat auch eine API, mit der das geht. Das sage ich dann nachher. Zuerst Stream ist im Office 365 Abo dabei. Also ihr erreicht es unter stream.microsoft.com. Einfach mal suchen nach Microsoft Stream in eurer Office 365 Installation. Also das ist die Online-Version, da habe ich verschiedene Apps jetzt bei mir drin. Ich bin jetzt eingeloggt, das seht ihr hier oben. Und jetzt hier kann ich, wenn ich da alle Apps ausklappe, dann finde ich da ganz vieles, von dem ihr wahrscheinlich gar nicht wisst, dass ihr es habt. Und Stream ist eine dieser Apps, die bei Microsoft 365 dabei sind. Stream ist die Idee, dass ich in meinem Unternehmen Videos hochladen kann. Und gerade im schulischen Kontext ist es sehr cool daran, Schülerinnen und Schüler können das nicht runterladen. Ich kann auch bestimmen, dass es nur einzelne Klassen sehen können. Also ich habe recht gute Kontrolle über diese Videoinhalte. Gerade gibt es viele Lehrpersonen, die lieber Dinge nicht auf YouTube laden möchten, die nur für eine Klasse gedacht sind. Und da ist Stream optimal, wenn ihr eine Teams-Installation habt oder Office 365. Und wenn ich dann ein Video hochlade, also ich kann dann einfach erstellen und dann kann ich ein Video hochladen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe einer Klasse erklärt, wie eine philosophische Erörterung funktioniert. Und da wird jetzt automatisch mein Text aufgezeichnet. Ich kann auch tatsächlich dann diese Aufzeichnung durchsuchen nach etwas. Also wenn ich jetzt sage Thema, wo kommt das Wort Thema vor? Dann zeigt es mir dann die Stellen an, wo ich Thema gesagt habe. Ich habe Schweizerdeutsch gesprochen, Dialekt in diesem Video. Deshalb ist die Transkription nicht so ganz ideal. Aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut. Es hat noch coolere Features. Ich zeige noch etwas kurz, wenn ich mir einen Exkurs erlauben darf. Normalerweise bin ich im Unterrichtszimmer immer so in dem Modus, wo ich noch über Dinge spreche, die vielleicht gar nicht so direkt da hingehören. Und erlaube mir das deshalb jetzt hier noch zu machen. Mal schauen, ob ich es noch finde. Ja, ich finde es gar nicht mehr, mein Video, das ich da hochgeladen habe. Also was ich auch machen kann, ist jeweils die Sprecher anzeigen. Also ich zeige das hier noch. Verlinke den Artikel dann auch gleich unten, wo ich das aufgeschrieben habe. Hier habe ich nämlich das in einem Blogpost schon mal kurz begründet, weshalb ich Stream sehr überzeugend finde. Und dann zeige ich zum Schluss noch ein letztes Tool, mit dem ich Sprache in Text ändern kann. Also was Stream auch macht hier, es ist ein Video, bei dem viele Personen vorgekommen sind. Und ihr seht jetzt hier, das zeigt dann unterhalb an, wer wann gesprochen hat, sodass ich dann eigentlich direkt auf die Stelle klicken könnte, in der eine bestimmte Person geredet hat. Wenn ihr jetzt an Zoom-Meetings denkt oder Teams-Meeting, die ihr aufzeichnet, dann wieder verwertet, dann wäre es damit sehr einfach möglich, unterschiedliche Sprecherinnen und Sprecher zu identifizieren. Ihr seht, Stream macht sogar ein Bild von der Person, sodass ich wiedererkennen kann, wer das war. Also das sind all die Stellen, an die ich jetzt gesprochen habe. Das bin ich. Und das sind dann andere Personen, die in diesem Video vorkommen. Also diese Auswertung von Stream ist wirklich hervorragend. Ein sehr verstecktes Feature, das viele nicht kennen. Ich zeige als letzte Möglichkeit, um Sprachfiles in Text zu verwandeln. Das ist ein Tool, das man für Podcasts, für Audio-Files verwenden kann, um Audio-Dateien zu optimieren. Und das läuft dann sehr automatisiert ab. Also wenn ich jetzt hier diesen Text aufnehme und bevor ich ihn dann bei YouTube publiziere, könnte ich ihn dann noch mit Orphonic leveln lassen, sodass der Ton wirklich sehr angenehm zu hören ist. Dafür ist diese App gemacht und ich kann jetzt hier Speech Recognition, ich kann einen Dienst einbinden und habe das auch tatsächlich schon gemacht. Jetzt hier. Ich habe das mit der Google API, habe ich diesen Dienst benutzt. Also Google kann das auch natürlich Sprache in Text umwandeln und habe dann eine Folge, die Folge 48, habe ich jetzt hier umgewandelt und ihr seht, da unten habe ich ein Video bei dem, oder ein Audio-File, bei dem ich an jedem Ort auch lesen kann, was da gesagt wird und könnte dann eigentlich das ganze Transkript auch durchsuchen. Ich kann es auch als Text-File runterladen. Also hier kann ich jetzt auf Download klicken. und ich habe die ganze Podcast-File, habe ich jetzt hier als Text-File. Mal kurz warten. Genau, also das ist jetzt alles, was ich gesagt habe und das könnte ich jetzt so runterladen. Also Orphonic, ihr seht vom Menü her, das ist jetzt nicht ganz so ein Klick machen, sondern es braucht einige Einstellungen. Also das ist wie das Tool für Profis. Ich fasse kurz zusammen, also wenn ihr ganz einfach Word-Dokumente erzeugen wollt, indem ihr diktiert, neueste Version runterladen, das läuft. Wenn ihr das sonst machen wollt, benutzt ein Handy. Da gibt es viele schon Bordmittel, wo man Sprache in Text umwandeln kann. Es geht ganz einfach. Wenn ihr es mit bestehenden Videodateien macht, würde ich Microsoft Stream empfehlen und für Audio-Dateien auf Orphonic, wenn ihr bereit seid, euch ein bisschen reinzuknien.